Verschwunden 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 Er hat ein Manget mitgenommen Wie heißt er? Ich kenne nur seine Vernamen Wir waren er seit zwei Zeiten zusammen Was hat er für eine Figur? Das weiß ich nicht Was für Augen? Ich weiß es nicht Ob sie blau oder schwarz waren Was für Haare? Ich glaube Er war blond Er hat noch mal einen Hund mitgenommen Was ist das für ein Hund? Ein Posterjär Der auf den Namen Juna hört Sein Feld ist schwarz und weiß Die beiden vor den Vorder und die linke hinter Vorder sind weiß Die rechte hinter Vorder ist schwarz-weiß Seine Augen sind grün Beruhigen Sie sich, junge Frau Wir werden den Hund schon finden und die